Ich bin Marc Benecke, Kriminalbiologe und in der Zeitung steht immer Herr der Maden oder so, aber in Wirklichkeit bin ich einfach Spurenkundler. Das heißt, ich untersuche das, was an Tatorten so übrig bleibt und anfällt, um rauszukriegen, was passiert ist. Maja rückwärts fragt, was machst du, wenn du an einen Tatort kommst? Worauf achtest du? Der Fundort ist natürlich nicht immer der Tatort. Also was wir da sehen, sind alltägliche Dinge. Ein Matchbox-Auto, ein umgefallener Stuhl, eine Kerze, Zigarettenkippen, eine Hose, im Freien im Wald irgendwelche Kondome, die irgendeiner mal vor zwei Jahren hingeworfen hat, Zeitschriften. Und das Wichtige ist, wir können ja nicht alles mit ins Labor nehmen. Ich kann ja den Wald oder die ganze Wohnung nicht ins Labor nehmen. Das heißt, ich überlege mir zum Beispiel, was reibe ich mit so sterilen, DNA-freien Wattestäbchen ab und das ist die Spur, die ich mit ins Labor nehme, zum Beispiel bei Sperma oder bei Blut oder Speichel, machen wir engen am Fundort ein, was wir mitnehmen. Und das ist das, es kann alles sein. Absolut alles. Antonia möchte wissen, wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden? Ach, ich glaube, ich bin so ein bisschen kauzig. Also ich mag es gerne, mich auf kleine Details zu konzentrieren. Wenn man ans Mikroskop geht, legt man irgendwas drunter und dann verschwindet die ganze Welt. Dann kann man da so durchgucken und dann kann man sich ganz konzentriert mit so ganz spitzen Dumont-Pinzetten, kann man das alles so untersuchen, aufschreiben und dann hat man geistig Ruhe. Also ich mag es gerne, wenn es klar und rein und ruhig ist. Und das kann man in unserem Job sehr gut. Es gibt halt kleine Spuren, die möchte man und muss man ganz genau untersuchen. Und dann ist das für mich irgendwie friedlich. Georg F. möchte wissen, wonach riechen Leichen? Leichen können nach ganz verschiedenen Gasen riechen und den Bestandteilen der Gase. Also typisch ist ein stechender Geruch, der auftreten kann. Zum Beispiel, wenn jetzt so eine Leiche in so einem Plastik- oder Plassesack drin war, wo die Sonne drauf geballert hat. Das kann nach so Ammoniak riechen, das ist so ein bisschen stechend. Dann gibt es käsige Gerüche. Das ist so, wie wenn ihr auf einem Festival wart und eure Schuhe auszieht. Einfach dieser ganz normale Käsegeruch, den man da so kennt. Und dann gibt es so einen floralen, blumigen Geruch, so wie Baumblüten. Meine Frau mag das auch nicht. Die mag keine Blüten, weil sie denkt, die riechen faulig. Also da darf ich gar keine Blumen geben. Freut sie sich nicht drüber. Außer sie riechen nicht. Vielleicht, weil das so ein ähnlicher Geruch ist wie dieser Florale von den Leichen. Der kommt von einem Bakterium. Das macht die Leichen grün oder manchmal auch bläulich. Das heißt Pseudomonas. Und ja, das war es eigentlich. Das sind so die Hauptgerüche. Und dann gibt es noch ganz viele andere. Es gibt ja tausende von verschiedenen Bakterien, die verschiedene Gerüche erzeugen. GetOnMyNVL fragt, wie ist deine Einstellung zum Tod? Ja, zum Tod habe ich keine Einstellung. Jeder stirbt. Du auch. Ich auch. Die beiden Jungs hinter der Kamera. Ja, man stirbt halt einfach. Glaubst du an dein Leben nach dem Tod? Ja, klar. Nach dem Tod geht es weiter. Da kommen die ganzen Tiere. Ameisen, Schnecken, Schmeißfliegen, Fleischfliegen, Stubenfliegen, Kurzflügelkäfer, Geier, Waschbären, Füchse. Da ist noch richtig was los. Von den ganzen Bodenorganismen wollen wir gar nicht reden. Nur mal ein Beispiel. Wenn man einen Esslöffel Erde nimmt, einfach so aus einem gesunden Wald oder so was oder aus dem Garten, dann sind da mehr Lebewesen drin, als Menschen auf dem Planeten Erde leben. Also da ist sehr viel Leben nach dem Tod. Und hast du Angst vorm Sterben? Ja, Angst nicht, aber ich meine, ich lebe halt gerne. Sagen wir mal so. Also ich lebe gerne, aber ich weiß, dass jeder und alles stirbt. Dinge sterben ja auch. Alles vergeht. So ist das halt. Schnuppel Lima möchte wissen, was war das Krasseste, was du bisher untersucht hast? Krass ist bei uns alles und nichts. Also die Fälle sind alle gleich. Wir gehen da rein wie kleine Kinder. So, stell dir vor, ein kleines Kind wacht auf. So, la la la, da sind kleine Klicker, Dinger, die ich zusammenschieben muss. Hier ist meine Hand, die muss ich angucken. Und wenn ihr das von außen anguckt, was macht das Kind da eigentlich die ganze Zeit? Das entdeckt die Umwelt. In den Mund stecken, anfassen, riechen, angucken, manchmal auch nachdenken. Und wir sind genauso, nur minus Nachdenken. Also wir sammeln alles ein, wir fotografieren es, wir dokumentieren das, fertig. Ist bei jedem Fall gleich. Gibt es nichts besonders krasses oder so. Es ist immer dasselbe. Jeder Fall ist schwarz, leer, neu, hohl und du entdeckst ihn wie ein kleines Kind. Wenn du das nicht mehr kannst, kannst du in unserem Beruf nicht mehr arbeiten. Also wenn du denkst, wow, das ist voll spannend oder voll wichtig oder voll groß oder der ist reich, schön, arm, zerlumpt, irgendwas. Dann sind das alles, das ist dein Shit, den du in den Fall reinfüllst, der nichts mit dem Fall zu tun hat. Der Fall ist, wie er ist. Also ich sag's mal freundlich, alle Fälle sind extrem spannend. Es gibt keinen Fall, wo du nicht was total Verrücktes oder in deinen Worten eben was mega Krasses sozusagen findest. Ist immer geil. Raoul fragt, berührt dich der Anblick von Leichen noch emotional? Also der Anblick von Leichen hat mich noch nie emotional berührt, weil ich sonst meinen Job nicht machen könnte. Also es gibt so Berufe, da ist das total wichtig, dass du dich für den Moment oder auch länger in andere, in Umstände, in die Gesellschaft gut reindenken kannst. Bei uns ist das, ja wie soll ich sagen, nicht erforderlich, sondern du brauchst was anderes. Du brauchst einen, also es ist wie ein Werkzeugkasten. Es gibt diesen Werkzeugkasten der Empathie, des Einfühlens. Und bei uns brauchst du die Werkzeuge von, was ist da wirklich? Welche Stäubchen, welche Krümelchen, welche Gegenstände, welche kleiner als ein Streichholzkopf großen Dinge sind messbar vorhanden? Ohne Denken, ohne Glauben, ohne Meinen, ohne Hoffen, ohne Religion, ohne Empathie, ohne Gefühle, ohne Politik, ohne Kultur. So, und das ist ein, heute würde man vielleicht sagen ein Skillset, also ich bin meinetwegen, keine Ahnung, der Schraubenzieher und der emotionale Mensch, der genauso wichtig ist, der ist der Hammer. Und dann gibt es noch im Werkzeugkasten 50 andere Werkzeuge, die halt jeweils für was Bestimmtes wichtig sind. Und alle zusammen bearbeiten wir dann die gesellschaftliche Problematik, den Gerichtsfall, reden mit den Angehörigen, was sehr, sehr wichtig ist, sorgen dafür, dass es nicht nochmal passiert. Das ist eigentlich das Wichtigste in unserem Job. Und das Interessante ist, das geht auch ohne Empathie. Also ich helfe genauso viel bei der Vorbeugung, dadurch, dass ich rauskriege, war da wirklich Sperma, war da wirklich Blut, ist da wirklich der Stuhabdruck gewesen, wie derjenige, der davon überhaupt keine Ahnung hat und auch nicht braucht, braucht auch keine Ahnung haben und der sich nur in die Gefühle der anderen reinversetzt oder in die, wie soll ich sagen, in das Höhere oder in das ganz Persönliche. Friedrich Jazz möchte wissen, welche Besonderheiten gab es an Hitlers Schädel? Ich habe in Moskau Hitlers Schädel untersucht und identifiziert, also von Adolf Hitler und die Zähne von Eva Hitler waren auch da. Ja, Besonderheiten, ja, ich würde sagen, es gab, die Zähne waren sehr interessant, also die övre Reihe ist komplett aus Metall gewesen und nur verblendet mit so, damit beim Reden das halt nicht so aussieht wie so ein Eisenbeißergebiss aus James Bond oder so. Den gab es natürlich damals noch nicht, aber deswegen hat man da so weiße Verblendungen drauf gemacht, das war sehr interessant. Dann gibt es in einem Schädelstück, was von Hitler sein soll. Die Zähne sind auf jeden Fall von Hitler, weil wir da Röntgenbilder von ihm zum Vergleich haben, als er noch gelebt hat. Das heißt, das kann man sehr gut vergleichen. Das Schädelstück, aber da ist jedenfalls eine Ausschussöffnung da, was bedeutet, dass Hitler sich erschossen hat, während der damalige Staatenlenker aus der Sowjetunion gesagt hat, Hitler hat sich vergiftet. Also da sieht man schon, das ist also auch eine spannende Spur. Und ansonsten war es eigentlich eher interessant mal zu sehen, wie es da einfach so aussieht. Ich meine, ich war im FSB, also im Geheimdienst in Moskau, also in der Zentrale. Das war schon schräg. Und im Staatsarchiv der Russischen Föderation. Und ich weiß nicht, ob ihr euch Archive vorstellen könnt, aber das ist supergeil. Also da sind riesige Regalreihen und alles ist voll Wissen und so. Das ist natürlich ein Traum für mich. Also der Schädel, der war interessant, aber die Umgebung war auch sehr, sehr interessant. Tja, Knollbrand möchte wissen, wie reagieren neue Leute, die dich kennenlernen, wenn du ihnen von deinem Beruf erzählst? Also es gibt zwei Berufe, die sind scheinbar, die töten jede Party, das ist Buchhändler und Biologe. Und dann, ich bin halt Biologe, danach kommt nie eine Frage. Also ich schwöre, ich schwöre, es hat noch nie früher, als das nochmal vorkam, jemand dann gefragt, ja was machst du da eigentlich in Biologie? Und dann alle so, oh ja, ist jetzt doch schon spät, sorry. Also ich erzähle das nicht. Apo Brad fragt, fandest du schon mal etwas so ekelhaft, dass du dich übergeben musstest? Ich kann euch was sagen. Ich mag zum Beispiel nicht, meine Frau hat ganz lange rote Haare, so. Darf ich das, können wir eigentlich mal, dürfen wir das mal zeigen? Komm, wir zeigen das mal. Nein, möchte nicht. Und die sind manchmal im Abfluss. So, das finde ich jetzt nicht toll, aber ich meine, wer übergibt sich bei sowas? Come on. Tizzi Punkt fragt, schon mal aufgrund eines Falles überlegt, den Beruf zu wechseln. Es gibt Fälle, die sind, die kommen eher so entfernt an mich ran. Also ich sage mal Beispiele, ich habe alle Videos ausgewertet, wo Leute geköpft worden sind von der Vorgängerorganisation von IS und ISIS. Die kennt ihr vielleicht noch und davor gab es Al-Qaida, hieß sie. Und da war immer die Frage, warum sprudelt das Blut nicht, warum spritzt das Blut nicht, sondern warum sieht man, wenn überhaupt nur so Blutlachen oder wenn man überhaupt was sieht. Oft waren die auch sehr schlecht damals, die Videos. Aber da ist es dann eher so, ich komme aus dem Rheinland und da gibt es so eine Regel, die heißt, es ist, wie es ist. Also wenn ich jetzt meinen Beruf wechsle, hört das auch nicht auf davon. Also ich bin nur so ein Staubkorn und ob ich mich jetzt da wohl oder unwohl fühle, ändert nichts an dem Großen und Ganzen. Reinhard Beinhard fragt, was war dein größter Ermittlungserfolg? Also erfolgreich ist für mich alles, was dazu führt, dass etwas, was andere nicht bearbeiten wollten, weil sie es für langweilig, nebensächlich, doof oder so gehalten haben, dass das bearbeitet wird. Ich kann mal zwei Beispiele sagen. Eine Person hängt in einer Schlinge. Es suizidieren sich ja unheimlich viele Leute. Also bei unter 25-Jährigen suizidieren sich allein in Deutschland über 600 Leute jedes Jahr. Also es sind richtig viele Leute. So und jetzt hängt also jemand in der Schlinge mitten im Raum und das ist total ungewöhnlich. Also normalerweise ist das Seil nicht so lang und die Position war auch irgendwie ein bisschen komisch. Und dann haben alle gesagt, ja mein Gott, es ist halt schon wieder so ein Suizid, wie es halt 600 in Deutschland im Jahr bei unter 25-Jährigen gibt. Jetzt kann man aber sagen, ja was lehre denn, wenn nicht? Ich meine, wenn wir jetzt sagen, es war sowieso ein Suizid, suchen wir nicht nach Spuren, dann finden wir keine Spuren, dann war es ein Suizid. Wenn wir aber die Spuren jetzt suchen und wir finden Spuren, die nicht hingehören, von einer Person, die behauptet, sie war noch nie in diesem Raum drin, drin, zum Beispiel am Seil, weil die Person das Seil angefasst hat, drin, drin, drin. Also so ist das eher, ich ermittle das nicht, sondern ich biete an, ich gucke mir aber die Spuren mal an, wenn ihr Bock habt, so. Oder ein Junge ist mal, also ein Jugendlicher, der so einen Nebenjob hatte, der ist angeblich laut Polizei barfuß ohne sein Portemonnaie mit der Matratze auf dem Kopf, also mit der großen Schlafmatratze durch den Schnee in Eiseskälte gelatscht und dann von der Brücke gefallen. So, und dann haben wir gesagt, aber könnte das auch anders gewesen sein? Und alle gesagt, nein. Und die Eltern haben sich dann da mega reingehangen und haben gesagt, sagen Sie mal, also hören Sie sich doch mal selber zu, ja, das ist doch möglich, dass da etwas anderes passiert ist, ne. Und dann haben wir gesagt, ja, da müsste man die Leiche exhumieren und mal gucken, ob kleine sogenannte Knochenscharten, so Ritzer an den Knochen sind. Und dann haben, das habe ich nur vorgeschlagen, habe begründet, warum. Und dann haben die Kollegen aus der Rechtsmedizin, die Fachärztinnen und Fachärzte, die Knochen ausgekocht, haben nach diesen Ritzern geguckt, haben gesehen, die sind da. Wenn man von der Brücke fällt, kriegt man aber nicht so feine Ritzer. Das muss dann wohl eher gewesen sein, weil jemand mit einem Messer da die Person getötet hat oder gestochen hat. Also da seht ihr schon, also ich löse keine Fälle, sondern ich bin eher so eine Art, ja, Schmiermittel, was die Rädchen so ein bisschen verzahnt und ans Laufen kriegt. Und Davida möchte wissen, lieber ertrinken, verbrennen oder erfrieren? Also beim Erfrieren ist das halt ungemütlich, bevor man erfriert. Also das ist halt natürlich sehr schlecht. Vor allen Dingen kann es auch paradoxes Kälteempfinden geben, also Wärmeempfinden. Dann denkt man, es wäre super heiß, dann entkleiden sich die Leute auch noch oft. Und also ich denke, das ist sehr ungemütlich. Also die Berichte von Leuten, die erfroren sind, die Tagebuch geschrieben haben, wenn sie irgendwo eingeschneit waren oder sowas, das hört sich nicht gut an. Hitzeeinwirkung tut super weh. Ich meine, jeder von euch hat als Kind mal irgendwo, obwohl es Mami und Papi gesagt haben, sie dann nicht hinfassen sollte, auf irgendwas Heißes gefasst. Das pocht und tut super lange noch weh, wenn man es überlebt. Und wenn man es nicht überlebt, ist das halt ein Mega-Horror, wie so eine Art Mega-Brennen und so. Wenn es jetzt ganz schnell geht bei einer Atombombe, da verdampft man ja, da kriegst du natürlich nichts mehr mit. Und ertrinken kommt darauf an. Viele Leute, die ertrinken, technisch gesehen, sind vorher schon ohnmächtig. Die kriegen das gar nicht mehr mit. Also deswegen kommt es darauf an. Also wenn man bei Bewusstsein ertrinkt, ist das Horror. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Ich meine, haltet euch mal selber den Mund in den Hordel zu. Solange ihr könnt, dann kriegt ihr eine grobe Vorahnung, wie sich das anfühlt. Da kann nichts passieren, weil ihr natürlich vorher dann ohnmächtig werdet und dann atmet der Körper automatisch wieder. Aber ich kann grundsätzlich gewaltsame oder unnatürliche oder seltsame Tode nicht empfehlen. Simon Lu. fragt, käme ein anderer Beruf für dich in Frage? Ja, auf jeden Fall. Also ich komme aus einer Welt, in der ich habe immer gearbeitet, Prospekte ausgeteilt, im Reisebüro, den Keller aufgeräumt. Im Zivildienst habe ich die Kirche geputzt, eine sehr große Kirche, wo sehr viel zu putzen war. Mir ist das egal. Also ich möchte gerne meinen Kram erledigen und meiner privaten Auffassung danach gehört auch dazu, dass man arbeitet und sich irgendwie so nützlich macht, dass man in die Gesellschaft der anderen Menschen eingebettet ist und nicht einfach sagt so fuck you all und so. Also gut, das ist Geschmackssache, das könnt ihr selbst für euch entscheiden. Aber ja, ich würde auch Pizza backen oder ein veganes Kaffee machen. Oder, hat meine Frau neulich gesagt, weil ich das wahrscheinlich früher immer gesagt habe, ein Kaninchen retten, eine Kaninchenrettungsstation. Kann man wahrscheinlich nur kein Geld mitverdienen, aber ich bin großer Kaninchen-Fan. Kann man unbedingt mit dem festzustellen. Untertitelung des ZDF, 2020